Hi zusammen, wir waren im Kölner Zoo die Tage und da haben wir die Kamera für euch mitgenommen und ein wenig gevloggt. Ich bin den Vlog jetzt gerade am schneiden, aber mir ist aufgefallen, dass wir gar keinen Anfang haben. Wir haben auf jeden Fall richtig coole Aufnahmen von den Tieren gemacht mit dieser Kamera. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Hallo Juliette. Hallo. Siehst du da? Was ist da? Erdmännchen, ja? Puppermaus. Genau, Schatz, heute Vlog sie für mich, ja? Ja. Dann kann ich ein Video zusammenschauen. Komm. Also die ist irgendwie mehr auf Kinder fixiert als auf Tiere. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Komm, Juliette. Das war noch ein. Ach, das ist die Höhle. Was siehst du denn, Juliette? Er ist jetzt auch rausgekommen. Was siehst du denn? Ein Waschbär. Oh, der ist jetzt in die Höhle gegangen. Da. Da. Das ist ein anderer Oder die ist trächtig, keine Ahnung. Lässt das einer die Der Coward, wie so eine Katze Hallo, Juliette. Hallo. Hallo. Das sind da Pelikanen, oder? Ja, Pelikanen. Wie freut es mal. Oh, wie süße Kleine. Guck mal, da ist ein Bär. Siehst du den Bär? Bär. Bär. Guck mal, Bär. Ja, 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 da ist ein Bär. 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 Bär ist da hinten. Bär. Bär. Bär ist da hinten. Da. Bär. 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 Ein Gebrass. Boah, wie süß die da liegen. Juliette, guck mal, da ist ein Arapapagei. Siehst du das? Warte, von der anderen Seite ist es vielleicht schlecht, oder? Wow! Hast du gesehen? Mh, komm mal zum! Wundern, words to explain The way you make me behave I thought that we could relate Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, guck mal, der macht jetzt. Der teilt jetzt aber wirklich lieber. Hauskatze. Hi. Hi. Schön. Oh. 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 Ey, das erlebt man ja selten, ne? Ich hab den noch nie so nah gesehen. Der hockt da immer auf dem Stein oben. Hast du den gesehen? Schneeleoparden. Guck mal, der kommt gleich wieder her. Dreht die ganze Zeit seine Runden, ne? Guck mal, Tutu. Gleich kommt der. Da. Was ist da? Die machen alle. Ne? Alle Großkatzen. Wir legen gut in der Zeit wieder. Oh, wie süß. Komm mal, Julietta. Da, da, da. Guck da. Guck da. Guck da. Jetzt kommt Expedition Regenwald. Mal gucken, was wir erwarten. Wow. 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 Fische und Schildkröten, ne? Und Enten. Ja. Ja. Aber warum brauchen wir nicht so eine Absperrung? Ja. 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 Ja, wenn die Böden, wirst du einfach nicht mehr im Kopf nehmen? Ich habe den Böden, das war sehr schön. Ja, das war ganz geil. Wunderbar. Ja, da. Geil! Ich habe nur das aus ihrer Hand. Eih, Juliette, was ist da? Wo warst du denn das? Ah! Geil, ey! Eih, was macht ihr? Da will ich ein Brot... Ich will denn Brot essen. Jetzt weißt du, warum die abgesperrt sind? Warum locker zugesprungen ist? Wahnsinn, ey! Juliette, was macht der? Guck mal, da ist ein Pfau! Sie tut dort voll Angst, ey! Oh, Juliette, was macht der? Der Pfau tut dir nichts. Er ist mit deiner dicken Scheibe. Juliette, was macht der? Guck mal, der zieht den Aufbruch! Guck mal, der zieht den Aufbruch! Guck mal! Wow! Wow! Aua! Aua! Sagt die Aua! Wow! 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 Du hast ein Glück! Das zieht den bestimmt wenig Leute! Juliette, die mögen dich voll! Guck mal, die wollen ihren Brot haben! Boah, so nah war ich noch nie einem Pfau! Guck mal! Oh, der hat immer was von der Nase gepresst! Wow! Guck mal, da schwingt ein Affe! Ach so! Guck mal, der kommt jetzt bestimmt auch! Wow, cool! Wow! Wow! Der freche kleine Honigdachs! Wobei, ich finde ihn jetzt nicht klein, aber... Hey, was macht der? Guck mal, der betet! Das sind die Affen! Das sind die Affen! Mhm! Hey! Jetzt sehen wir die... Äpfchen! Na? Ja? Mhm! Lecker! Ja! Iiiiih! Wo hast du denn mal? Bah! So sehen Affen aus! Paviane! Ja, Paviane sind ja auch Affen! Ja! Guck mal, die haben Spaß! Wie süß! Die will in Kappe spielen! Nein! 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 Mit diesem Gerät wird erklärt, wie viel Druck man aufbringen muss, um das Blut von einer Giraffe von den Füßen bis zum Kopf zu pumpen. Okay, was muss man machen? Warte! Ich zeig's mal! Aber cool, dass da noch so Spiele für Erwachsene sind, ne? Ach, du musst diesen roten Strich erreichen, oder was? Bleib da hinten! Ja, coole Sache, ne? Ganz hoch, träumst du eh nicht! So, ihr Lieben! Damit beenden wir den Vlog! Wir hoffen, es hat euch gefallen im Zoo mit uns, ne? Sagt Tschüss! Tschüss! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschüss! 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 Vielen Dank.